5000 Abonnenten, mittlerweile sogar schon einige mehr, dank zahlreicher Thermomix-Fans. Keine Sorge, auch für euch gibt es demnächst mal wieder ein bisschen Futter, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber in erster Linie ist das hier natürlich ein Technikkanal und 5000, das ist eine riesige Zahl. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch heute noch über jeden einzelnen Zuschauer, über jeden Kommentar und dafür kriegt ihr auch gleich ein bisschen was zurück. Leider gibt es auch eine etwas schlechtere Nachricht, aber all das sehen wir gleich nach einem kleinen Rückblick über die letzten zwei Jahre. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Über zwei Jahre, in denen ich wirklich viel erlebt habe. Tolle, tolle Menschen kennengelernt habe, lustige und kreative Projekte umgesetzt habe. Zuletzt mit Julian ganz oft von OwnGalaxy, aber auch mit Konstantin für unsere Kanäle ein neues Format ins Leben gerufen habe. Die Tech News. Tja, und da habe ich jetzt leider tatsächlich für alle Tech News Fans eine etwas schlechtere Nachricht. Denn, ja, wie viele Dinge im Leben und auch auf YouTube gehen die schönen Dinge des Lebens halt irgendwann zu Ende. Und in diesem Fall leider auch die Tech News, zumindest für mich. Die sind nicht komplett ausgestorben, aber, ja, sie laufen halt demnächst ohne mich weiter. Auf meinem Kanal kommen sie nicht mehr. In Konstantins Tech News bin ich dann demnächst auch nicht mehr zu sehen. Grund dafür sind einfach, ja, Meinungsverschiedenheiten, die sehr kurzfristig eben dazu geführt haben, dass wir das Ganze, dass wir gesagt haben, wir machen hier, wir machen das Ganze nicht mehr zusammen weiter. Bis vor gut einer Woche habe ich noch gedacht, am Montag kommt die neue Folge bei mir, aber leider eben nicht. Das Ganze hat jetzt nicht dazu geführt, dass Konstantin und ich uns komplett zerstritten haben. Also auf keinen Fall. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn ihr auch demnächst bei ihm wieder einschaltet. Ich glaube, ab morgen, Montag geht es bei ihm auch weiter. Nur halt eben ohne mich. Denn neue Bedingungen haben einfach dazu geführt, dass ich gesagt habe, das ist nicht unbedingt das, weswegen ich die Tech News angefangen habe. Aber das ist meine ganz eigene Meinung und ich bin selber dafür verantwortlich. Ich bin quasi aus dem Projekt ausgestiegen und, ja, deswegen halt demnächst dann eben keine Tech News mehr mit Tech Love. Wir hatten eine richtig coole Zeit. Ich danke euch für euren Support. Wir hatten viel, viel Spaß im letzten halben Jahr. Das Ganze ist ja quasi entstanden, die Idee, dass wir das gemeinsam machen auf der letzten IFA. Und, ja, ich glaube auch, dass wir bis dahin, bis jetzt echt ganz gut abgeliefert haben. Das Feedback von euch hat es ja in der Regel auch gezeigt, dass ihr die Tech News auch cool fandet. Und uns hat es wahrscheinlich genauso viel Spaß gemacht wie euch. Ja, also nochmal ein dickes Dankeschön an alle Tech News Zuschauer, aber natürlich auch an alle Tech Love Zuschauer für euren regelmäßigen Support, eure Kommentare. Ja, und eben fürs Einschalten. Und dafür gibt es jetzt eben auch was zurück. Und zwar hat Oki ein paar Gewinne organisiert. Und die zeige ich euch jetzt mal. Gibt es heute ein bisschen was zurück von mir und von Oki. Und zwar gibt es ein 56 Watt Netzteil mit einem USB-C Pack mit fünf Kabeln. Das ist quasi ein Set, das ihr gewinnen könnt. Außerdem eine dicke 20 mAh Powerbank. Alles noch ganz neu, natürlich. Aber ich hole das jetzt mal einmal für euch raus. Wow, das ist ein Schiff hier, ne? Könnt ihr gewinnen. Außerdem einen Wireless Speaker, den ihr per Bluetooth dann mit eurem Geräten verbinden könnt. Nicht schlecht. Also auch das gibt es zu euch gewinnen. Vielen Dank an Oki. Einfach den Hashtag Tech Love in die Kommentare ballern und schon seid ihr quasi mit dabei. Wartet dann einfach auf meine Antwort und vielleicht gewinnt ihr dann eines dieser Produkte. Es gibt aber noch mehr, denn ich habe hier mal in einem Surprise Surprise diese Teile ausgepackt. Das sind von GGMM Echo Dot Adapter quasi Lautsprecher, wo ihr euren Echo Dot der zweiten Generation oben einklippen könnt. Und dann habt ihr hier einen etwas besseren Sound. Auch die gibt es zu gewinnen, ebenfalls unter dem, komm schon, unter dem Hashtag Tech Love. Falls ihr einen besonderen Wunsch habt, was ihr haben wollt, schreibt es einfach mit in den Kommentar. Dann berücksichtige ich das. Und ja, in diesem Sinne, meine Lieben, vielen lieben Dank für 5000 Abonnenten. Das ist wirklich Wahnsinn. Danke, danke, danke. Und vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht es gut. Ciao. 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 Ciao.